Matthias testet die Corvette C8-Z06 mit dem stärksten V8-Motor. Junge! Absep83 schreibt, geiles Kfz. Janka Lelekov sagt, amerikanische Power. Dario HRV2006 will wissen, was ist die Höchstgeschwindigkeit? Das, lieber Dario, kann ich dir nur so lala beantworten, ehrlich gesagt. Denn das Auto, was wir heute hier im Start haben, ist so neu, dass es keine offiziellen Werte gibt. Eins steht fest, es ist ein bisschen was über 300 und ich sag mal so, das reicht aus. Denn wir haben die brandneue Z06 am Start von Corvette. Das ist ein richtiger Meilenstein, denn da hinten drin ist der stärkste V8-Saugmotor, der jemals in einer Corvette montiert wurde, montiert. Unfassbare 645 Pferdchen haben wir. Das hier soll ein echtes Track-Tool sein. Und wir machen heute eine schicke Fragerunde. Ihr habt über 1000 Fragen gestellt, die ihr über das Fahrzeug wissen wollt. Und wir werden alle beantworten. Also zumindest die, die lustig sind, die skurril sind, die relevant sind, die spannend sind und so weiter und so fort. Wir haben die besten rausgesucht. Es wird sehr, sehr lustig. Die erste Frage kommt von Seppo, PA und MarcBeyer3. Ob ich mir die Corvette persönlich kaufen würde? Das, liebe Leute, beantworte ich ganz zum Schluss. Jetzt geht es erstmal los mit Hacken. Vielleicht hat es auch irgendwas mit Driften zu tun. Bin sehr gespannt. Die neue Z06 ist die absolute Über-Corvette. Das aktuell heißeste Eisen made in USA. Brennsporttechnik für die Straße und so frisch, dass es noch nicht mal offizielle Preise oder Angaben zu den Fahrleistungen gibt. Also, das erste Mal Corvette Z06. Wir haben 645 Pferdchen. Wir haben ein Fahrwerk, was extrem auf Performance ausgelegt ist. Und wir haben eine erste Frage. Das iPad ist schon beim ersten Anbremsen einmal runtergefallen. Das muss ich einmal ganz kurz holen. Juan S.A. Wie schnell fährt die Z06 von 100 auf 200? Moses Wette Graz. Hallo, wie lange braucht die Z06 von 100 auf 200? Ich würde mal sagen, wir probieren es aus, ne? Bei der Beschleunigung von 100 auf 200 gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass das ein heftiger Wert werden wird. Weil wir haben erstmal hohe Drehzahlen. Wir haben noch dazu hohes Drehmoment. Und wir haben ein niedriges Fahrzeug, was im Wind quasi nichts macht. Also, Launch Control, linker Fuß auf die Bremse. Junge! Die Zeit 100, 200, 6,7 Sekunden. Das ist schon ein richtiges Brett, ne? Wenn du das vergleichst mit dem 902 GT3. Der braucht 7,5 Sekunden. Und wir haben es jetzt mit der Corvette Z06 geschafft in 6,7 Sekunden. Also, ich sag mal so, Erwartungen übertroffen. Das Ding geht einfach wie die Feuerwehr. Reiner Sauger, das Ding ist wirklich, das ist ein Schreihals, macht richtig Bock. Und alleine wirklich die Beschleunigungswerte sind sensationell. Unsere nächste Frage kommt von Niemeyer Pascal. Er möchte gerne wissen, kann man mit dem Abgasvolumen auf 1,5 Meter Entfernung eine Kerze auspusten? Also sprich, kann man mit der Corvette die Lichter ausschießen? Genau das werden wir jetzt ausprobieren. Und wir haben da mal ein bisschen was vorbereitet. Wir müssen erstmal 1,50 Meter ausmessen, weil der Pascal hat sich das ja wirklich schon sehr, sehr genau ausgedacht. Also hier, der Sound von einer Corvette, von einem Sportwagen grundsätzlich, muss einfach Gänsehaut machen. Das steht fest. Ob er einem die Lichter auspusten kann, das wird noch spannender sein. Wir schauen uns einmal den Motor an. Wir haben ja im Gegensatz zur normalen Corvette nicht mehr 6,2 Liter Hubraum, sondern 5,5 Liter Hubraum. Und die Mehrleistung, die jetzt da anliegt, die kommt sozusagen ganz vereinfacht formuliert von der erhöhten Drehzahl. Die normale Corvette dreht 6.500 Umdrehungen pro Minute und der hier dreht 8.600. Die große Frage ist natürlich, kann dieser Motor jetzt tatsächlich diesem Kerzenleuchter die Lichter ausschießen? Ja oder nein? Also ich würde mal sagen, alles bereit machen. Ich gebe Vollgas. Brennen sie noch oder sind sie jetzt schon ausgegangen? Der Motor ist natürlich warm. Wir machen jetzt folgendes. Wir ziehen beide Paddles, Minus und Plus gleichzeitig und dann dürfen wir drehen. Und zwar so hoch wir wollen. Man hört jetzt schon, dass der Motor sich anders anhört. Ich meine, der 6,2, der hört sich viel bassiger, viel tiefer an. Und der hier ist halt wirklich Hochdrehzahl. Der schreit mehr. Also das sind jetzt 7,5. Alter, wie schnell der hochgeht. Okay, das war jetzt die Maximaldrehzahl. Wir gucken mal nach. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt es nicht. Die in der Mitte ist angeblieben. Gut, Pascal, dann würde ich mal sagen, man kann damit die Lichter ausschießen, aber nicht komplett. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Weiter geht das Q&A zur neuen Z06 mit etwas, das lange Zeit nicht die Paradedisziplin einer Corvette war. Die nächste Frage dreht sich um die Verarbeitungsqualität im Innenraum. Luki 5 und 6, Verarbeitungsqualität innen und Nisa Fakro, wie gut ist die Verarbeitung des Interieurs? Es gibt natürlich viele, viele Vorurteile über amerikanische Autos, dass die Verarbeitungsqualität da nicht so gut ist. Viel Plastik verbaut und so weiter und so fort. Die Corvette grundsätzlich ist schon mal ein Auto, was eher oben im Regal steht, also eher ein teureres Auto. Deswegen erwarte ich da tatsächlich natürlich eine gute Verarbeitungsqualität. Z06 ist jetzt nochmal ein drüber, das ist das aktuelle Topmodell. Und das muss schon gut sein einfach. Da muss man drinsitzen und sagen, ja, das ist ein geiles Auto. Also, wir fangen mal hier an der Tür an. Wir haben hier oben Leder, wir haben hier in der Mitte Leder, wir haben hier an der Armauflage Leder, wir haben hier Carbon, wir haben hier Aluminium. Und auch ganz hier unten ist Leder. Die Verarbeitungsqualität von dem Carbon ist ultra gut, ultra genau. Da gibt es keine scharfen Kanten oder sonst irgendwas. Und dann gehen wir rein und da führt sich das Ganze weiter fort. Wir haben Carbon, wir haben Alcantara und wir haben Leder. Die Schaltwippen, ganz besonders das Lenkrad, ist was, was du den ganzen Tag anfasst und anguckst. Deswegen ganz besonders wichtig, dass das schön verarbeitet ist. Das Stitching hier super genau. Die Schaltwippen rasten sehr, sehr schön ein. Das macht Bock, sich dieses Auto von innen anzugucken. Und das Ding ist gut verarbeitet, Punkt aus Ende. Wir haben eine weitere Frage zur Performance des Fahrzeugs. Und zwar von Kevin4390. Wie schnell fährt die Corvette im ersten Gang? Ja, die waren früher sehr lange übersetzt. Aber es hat sich, glaube ich, geändert. Ich glaube nicht, dass sie so schnell fährt, weil das Auto hat einen sehr, sehr guten Wert von 0 auf 100. Und jetzt machen wir mal 0 auf 100. Ah! Was? 2,727 Sekunden von 0 auf 100. Und das geht nur, wenn du die Gänge durchflippern kannst. Und wenn der dann der erste Gang so lang ist, dann hat der untenrum wenig Drehzahl. Und deswegen, die werden es angepasst haben, dass sie halt nicht immer lang gemacht werden bei 0 auf 100. Also, wie schnell fährt die Corvette im ersten Gang? Wir gehen mal Getriebe manuell, damit der nicht hochschaltet, machen den ersten Gang rein. Er fährt exakt 72. 72 kmh sind, im Vergleich zur sonstigen Performance der Z06, recht unspektakulär. Zum Vergleich, vor 20 Jahren ging zum Beispiel ein Lamborghini Murcielago im ersten Gang satte 103 kmh. So, mal gucken, dass wir die Carbon-Felgen nicht kaputt machen, ne? Schön, langsam. Diese krassen Carbon-Felgen. Unfassbar. Sparen 18,4 Kilo rundherum ums Auto. Und das ist was, was natürlich auch die Performance erhöht. Allerdings, wenn du mit der Felge am Supermarkt-Parkplatz an den Bordstein hinfährst. Junge, Junge, Junge. Du wirst zwei Wochen weinen. Und dein Konto auch. So, wir sind alle Pommesbude angekommen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Denn VDT 63, Unterstrich, möchte gerne wissen, wie viele Pommes-Packungen passen auf die Frittentheke hinten drauf. Der Flügel ist schon sehr, sehr groß. Also, so diese klassischen Pommes-Schälchen würde ich sagen, 19. Mahlzeit! Mahlzeit! Macht ihr gute Pommes? Sehr gute sogar. Ja? Ja. Ich hätte gerne einmal fünf Packungen. So, jetzt bin ich gespannt, wie die halten. So, einmal fünf Packungen Pommes. Ich hab jetzt mal noch nicht so viele mitgenommen, weil hier so viel Geschwinge ist. Das ist ja so rund hier alles. Also, ich sag mal so, es werden nicht so viele werden. So, doch. Ah, da kommen noch ein paar. Da kommen noch ein paar. Kann ich noch ein paar Pommes kriegen? Ein Markenzeichen der Z06, das überall verbaute Carbon. Carbon Heckflügel. Carbon Räder. Hier, Lufteinlass ist nicht Carbon. Aber hier dieses Side-Ding, da haben wir nochmal Carbon. Carbon Rad wieder. Und hier vorne der Frontsplitter inklusive Winglet. Alter, das Ding sieht so brutal aus. Karosserie übrigens auch ungefähr dieses Stück hier. Drei Zentimeter breiter als die normale Corvette auf jeder Seite. Ganz ehrlich, eine normale Corvette ist schon ein richtig geiles Auto. Und ja, eine Z06 war schon immer, das war ein Gänsehautauto. Pommes werden kalt. Also, ich sag mal so, mehr Pommes gehen nicht mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Packungen Pommes passen hier drauf. VDC 63 fahrgebeantwortet. Guten Appetit! Philipp Grimme möchte gerne wissen, wie einfach ist es bei der Corvette Z06 Coupé das Dach zu öffnen? Sehr, sehr gute Frage. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Also, erste Voraussetzung ist, die Scheiben müssen unten sein, weil die verkeilen sich hier so ein bisschen. Dann muss man hier so zwei Hebelchen öffnen, dann muss man da ein Hebelchen öffnen. Und jetzt kommt die ganze Magic-Nummer. Du hebst es tatsächlich einmal so ein bisschen an. So, und dann hast du das schon in der Hand. So, und jetzt habe ich den Fehler gemacht, jetzt habe ich so ein Dach in der Hand. Fünfeinhalb Kilo wiegt das Ding übrigens, also sehr, sehr leicht. Ich habe vergessen, den Kofferraum aufzumachen. Warte. Also, wenn du das vor der Eisdiele machst, dann weiß derjenige, der da sitzt und sein Eis isst, dass du das definitiv zum allerersten Mal machst. Vorsichtig, keine Kratzerchen machen. Und rein. So, Philipp Grimme. Es geht sehr, sehr einfach. Alan Collector fragt, wie ist die Kurvenperformance? Typisch Ami oder doch eher ein Porsche-Jäger? Die Z06 soll ein Auto sein, mit dem du quasi auf Nürburgring fährst oder sonst wohin, ganz egal wohin. Und auf jeder Rennstrecke dieser Welt soll dieses Auto performen und zwar rein theoretisch den ganzen Tag lang. Und dafür muss alles perfekt sein, die Bremse muss perfekt sein, das Fahrwerk-Setup muss so sein, dass sich der Fahrer wohlfühlt, dass du Bock darauf hast, mit dem Auto Attacke zu machen und dass du nicht hinterm Lenkrad sitzt und irgendwie schwitzige Hände kriegst. Ob die Z06 das kann, das finden wir jetzt heraus. Ich würde sagen, wir hacken mal rein. Das Auto ist wirklich, es ist schön hart, aber es hat nicht so eine Härte, wo du denkst, oh nee, das will ich alles gar nicht. Das ist unfassbar, wie der einlenkt. Du gibst ihm so einen mit und dann gibst ihm noch eine extra so und er kann immer noch weiter einlenken. Ich habe jetzt so eine ganz leichte Traktionskontrolle noch drin, auch das alles einstellbar, sensationell und das lockt ihn dafür, dass im Kurvenausgang, wenn ich ein bisschen zu früh am Gas bin, dass er dann mich wirklich einbremst. Aber das macht er so unauffällig und so entspannt. Das ist ein Auto, wo ich einfach nur noch Bock habe, immer weiter und weiter und weiter zu fahren. Ich bin extrem begeistert. Wenn wir über den Preis nachdenken, es gibt auch da noch keinen offiziellen Preis. Wir gehen jetzt von dem Preis aus irgendwas 125.000, 130.000 Euro und was du dafür kriegst, das ist unglaublich. Alter Verwalter. Alter Schwede, ist das ein Ofen. Ohne Quatsch. Das ist definitiv die beste Corvette, die ich jemals gefahren bin. Das ist einfach so. Das Auto klebt wirklich auf der Straße wie ein Kaugummi am Handtuch im Schwimmbad, im Freibad, weißt du Bescheid. Das ist unfassbar. Die Z06 liefert extrem ab. Ein Quantensprung in der langen Corvette-Historie, die mit der Generation C1 begann. Wir haben eine weitere Frage und die kommt von Tobias Ettlich. Was sind die größten Unterschiede zwischen Corvette Z06 und der ersten legendären Corvette C1? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und aus diesem Grund haben wir uns der C1 besorgt. Ich sag mal so, wir gehen mal ein bisschen nach hinten, damit wir mal beide Fahrzeuge sehen und dann sehen wir, dass wir glaube ich nicht über die größten Unterschiede reden sollten, sondern über vielleicht eine oder zwei Gemeinsamkeiten, die wir überhaupt an diesem Fahrzeug finden. Zwischen diesen beiden Autos liegen mal eben 63 Jahre und 400 PS. Also ganz ehrlich, dass das hier der Vorgänger von dem ist, das sieht man einfach nicht. Die einzigen beiden Gemeinsamkeiten, die wir jetzt gefunden haben, ist erstens, in beiden Fahrzeugen ist ein V8-Saugmotor verbaut, was geil ist, ja tatsächlich. Und die nächste Gemeinsamkeit ist, die beiden Fahrzeuge heißen Corvette. That's it. Also die größten Unterschiede seht ihr selber. Es gibt sogar das Logo vorne, ist anders. Guck mal hier, hier links dieses kleine Wappen da, was so ein bisschen aussieht wie ein Stinkefinger und dann haben wir rechts die Flagge. Mal mit? Hier, umgedreht. Jetzt ist die Flagge auf einmal links. Selbst das ist neu. Leute, was ist es? Es gibt wirklich sehr, 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 sehr große Unterschiede. Eigentlich gibt's fast nur Unterschiede. 645 PS leistet die neue Z06. Und das ganz ohne Turbo. Was will die Grip-Community sonst noch wissen? Eure nächste Frage ist an der Reihe. Und zwar möchte gerne Arnd05 wissen, wie gut kann man sie schieben, die Corvette, falls der Tank mal leer geht? Gut, Arnd. Du möchtest es so? Dann probieren wir mal, die Kiste zu schieben. Also der Tank ist leer. Dann müssen wir jetzt beim Automatikgetriebe natürlich den neutralen Gang reinmachen, machen die Zündung an und ich kriege hier den Neutralgang leider nicht rein, ohne dass der Motor läuft. Gangschaltung, Hand gerissen, machst du in den Leerlauf rein und fertig. Aber bei vielen Autos ist das einfach elektronisch geregelt und nicht mehr mechanisch und dann geht's einfach nicht, wenn das Ding nicht läuft. Wir machen den Motor an. Wir machen neutral rein. Scheibe runter. Ich denke mal, dass die Frage auch so ein bisschen darauf abzieht, was die Corvette so verbraucht. Ich sag mal so. Handbremse ist drin. Warte mal, wie kriege ich die jetzt? Guck mal hier, neutral ist wieder rausgegangen. Also jetzt ist neutral drin. Jetzt ist noch N drin. Jetzt steige ich aus und kaum nehme ich den Fuß von der Bremse, ist P wieder drin. Ich kann nicht schieben. Ich kann nicht schieben. Ihr müsst schieben. Los. Los jetzt. Ich mach neutral rein und ihr schiebt. Seid ihr soweit? Ich bin soweit. Dann würde ich den Fuß auch jetzt von der Bremse nehmen. Okay, schneller, Leute. Andiamo. Hopp, hopp, hopp. Ja, sehr gut. Mein lieber Arnd, vielen Dank für diese Frage. Ist beantwortet, ne? Kann man nur schieben, wenn der Motor läuft. Also wenn Tank leer, dann nix. Schibi, schibi. Dann kann ich jetzt wieder fahren, ne? Ist ja zum Glück noch Sprit im Tank. So, wir kommen zur nächsten Frage, beziehungsweise zu den eine Million nächsten Fragen. Unter anderem haben Spari 019 gefragt. Geht die Bude quer? VP BW 230, wie viel weißen Qualm kann man mit der produzieren? Stefan Zekic, wie gut kann man damit driften? Und finally hat ein gewisser Det Müller Official geschrieben. Kann man damit auch einarmig und mit Augenklappe driften? Det, vielen Dank dafür. Wir probieren es aus. Aber erstmal lassen wir ohne Augenklappe fliegen. Ob das einäugig und einarmig auch geht, machen wir ganz zum Schluss. Also es ist ja nicht so, dass ich keinen Bock hätte da drauf, ne? Aber es ist halt wirklich, mit den Reifen, die auf Performance ausgelegt sind, ist das halt schon krass. Hier kann man das sehr, sehr schön üben, auf dieser großen Fläche. Deswegen haben wir uns das ausgesucht, um uns einmal ranzutasten. Das kannst du nicht sofort irgendwie auf einer Passstraße oder sowas. Zumindest nicht mit so einem Auto. Weil wenn ein Auto so viel Grip hat, wenn ein Auto so gut liegt, dann kann es das andere, das Gegenteil von schnell fahren, nämlich driften, nicht so gut. Wir nehmen jetzt mal einen zweiten Gang. Manuelle Gasse. Okay. Ich sag mal so, es ist nicht so einfach. Normalerweise hast du so eine Range, ne? So ein Fenster, wo du driften kannst. Das Fenster, wo du driften kannst, ist bei der Z06 so. Ihr seht meine Hände zittern, ne? Das ist wirklich krass. Das ist einfach ein sehr, sehr schmaler Grat und das macht es sehr, sehr schwierig. Ich bin gespannt, wie das da vorne geht. In der Performance-Kurve. So ein großer Kreis, sag ich jetzt mal, kann jetzt nicht jeder, aber das ist jetzt relativ einfach. Deswegen wollen wir natürlich zeigen, okay, wie ist es in der großen Kurve. Nicht zweiter Gang, sondern dritter Gang. Richtig Speed, ne? Und dafür musst du halt schon, sag ich jetzt mal so, alles zusammenkneifen, was du so hast. Oh Mann, ich hab ein bisschen Schiss, ganz ehrlich. Der war schon gut. Das war ein sehr schneller Düft. Da musst du dich extrem konzentrieren, musst extrem schnell gegenlenken. Was man da gemerkt hat, ist eben, dass du den wirklich zwingen musst. Du musst ihm deinen Willen so, du machst das jetzt. Du musst ihm das richtig aufzwängen. Was ich aber mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, das geht ganz sicher nicht einhändig. Aber Augenklappe. Okay, seht. Alter, das ist ja richtig krass. Du merkst da einfach, dass du gar keine Orientierung mehr hast. Du hast kein 3D-Sehen mehr. Wenn du dir das eine Auge zuhältst, dann siehst du plötzlich die Abstände nicht mehr. Ich kann jetzt nicht sagen, berühre ich dich jetzt oder berühre ich dich jetzt oder keine Ahnung was. Dann Abstände, wann kommt die Kurve und so. Keine Chance. Deswegen extrem schwierig. Alter, ich seh, man kann die Abstände gar nicht sehen. Es geht, Pip! Alter! Also mit Augenklappe. Du siehst ja die Abstände gar nicht mehr. Ich konnte gar nicht gucken. Okay, bin ich jetzt schon am Scheitelpunkt oder wo bin ich? Aber irgendwie ist es, glaube ich, im Popometer abgespeichert, wo ich da langfahren muss. Danke, Diet, für diese Frage. Danke euch allen. War mega. Machen wir bald wieder. Das ist die Corvette Z06. Achso, letzte Frage müssen wir noch beantworten. Würde ich mir die Büchse coolen? Ja. Und zwar definitiv ja. Und zwar mit Carbon-Rädern. Wollt ihr noch einen sehen? Hi! Danke, dass du unser Video angeguckt hast. Wir hätten gerne, richtig gerne, dass du unseren Kanal abonnierst. Die Glocke natürlich aktivieren. Lass ein Like da, kommentier irgendwas, was ich wieder falsch gemacht habe. Los bitte los, viel Spaß. Und wenn du noch Bock hast, guck dir das Video von der letzten Woche an. Hier oben geht's zum Video.